Party machen, was? Danach geht's richtig los. Danach geht's richtig los. Heute steht mal wieder ein richtig geiles Event an. Es geht zu Jerome und zwar auf sein VIP-Event. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Wer keine Einladung hat oder ein Ticket, der weiß noch nicht mal, wo es stattfindet. Und wird natürlich die Gelegenheit nutzen, mal wieder ein neues Video zu machen für YouTube und Vlog. Und heute geht's um 21 Uhr los. Es ist gerade mal 14 Uhr. Kein Bier vor vier, aber weinen, würde ich sagen. Weinen geht immer. Also bis später. Party machen, was? A few hours later. So, VIP-Party. Erstmal bin ich hier. Der Test kommt später. Jetzt geht das los. Alter, so machen wir. Der Gastgeber, warum? Du weißt, bis 24 Uhr. Wir haben ja leider gerade weiter. Wir dürfen nicht so laufen machen. Ja, genau. Aber danach? Danach geht's richtig los. Danach geht's richtig los. Ich kann auch noch kurz, ob du ein Gastgeber bist. Nein, das ist ein Video auch. Sehr gut. Guys, da sind wir dabei. Das ist ein Video, auf jeden Fall mit Vollgaser. Nice. Ich mache mich. Ich gehe auf. Ich gehe auf. Ich gehe auf. Und deswegen bis 2 Uhr wird es ein bisschen leiser. Ähm, ja. Aber schön, dass du da hast. Aber jedenfalls fehlt mal mehr. Und wir leben auf jeden Fall ab 2 krass los. Das heißt, ich will sagen, 1, 2 lange machen. Und dann machen wir langsam, langsam Gas. Also einen Applaus natürlich selbst. Schön, dass du da hast. Dankeschön. Das heißt, ich gehe auf. Musik 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 Mönch Musik Dankeschön! 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 Dankeschön!